Der Branderhof trägt die Jahreszahl 1723, ist ein Erbhof und seit fast 300 Jahren im Familienbesitz. 1972 hat hier alles begonnen mit zehn Hirschen. Ich darf mich vorstellen, ich bin der Wildbark in Aurach. Auf der Sonnenseite erstreckt sich mein Gelände. Gäste haben die Möglichkeit, mein Rotwild aus unmittelbarer Nähe kennenzulernen. Aber Achtung! Meine Bewohner könnten sich leicht erschrecken. Frech sind die kleinen Geißlein, die meine Gäste gerne schon bei der Eingangstüre stürmisch begrüßen, wenn sie nicht gerade beim Fressen sind. Die Esel hingegen genießen am liebsten ihre Ruhe im Schatten. Die Hirsche mit ihren mächtigen Geweihen, ja ich muss sagen, stulzieren durch den Wildbark und wissen ihre Schönheit der Damenwelt zu präsentieren. Neben dem heimischen Rot- und Steinwild gibt es europäische Wildkatzen, Luchse, Schleiereulen und Steinkäuze. Bedrohte Haustierasten haben bei mir auch ein schönes Zuhause gefunden. Da international Australia mit Austria immer wieder verwechselt wird, wohnen bei uns auch noch Bennett Kangaroos. Um all meine Bewohner einzeln aufzuzählen, fehlt mir aber jetzt einfach die Zeit. Natürlich sind bei mir im Wildpark alle herzlich willkommen, um meine Tiere zu bewundern, deren Lebensweisen kennenzulernen und nicht zuletzt die wunderbare Aussicht zu genießen. Und nun muss ich wieder los. Meine tierischen Freunde warten schon auf mich. Auf hoffentlich bald bei mir im Wildpark.